Ja, Shalom Aayom, wieder. Wir sind jetzt bei der fünften Folge angekommen und wir haben in der letzten Folge gesprochen vom Reich Gottes, vom Himmelreich und Reich des Vaters. Und nun wollen wir diese Begriffe ein wenig noch erläutern und zwar nicht aus uns selbst heraus, sondern wir haben dafür Gleichnisse, die der Maschee erzählt hat. Und da kommt es wunderbar heraus, was er damit gemeint hat. Und wir möchten anfangen mit Matthäus 13, Vers 24 und dann geht es um das Himmelreich. Und so wie wir die Gleichnisse im Neuen Testament lesen, dürfen wir nicht annehmen, dass sie chronologisch sind, sondern der Mascheeach verfolgte sein besonderes Ziel und sein besonderes Konzept. Und deswegen fangen wir jetzt mit dem Himmelreichsgleichnis an, denn schließlich war das von Anfang an das Ziel Gottes, nämlich das Himmelreich. Er ist König und er war schon König, bevor es überhaupt diese Erde gab. Und zum Schluss ist er wieder König, haben wir ja geendet. Gott alles in allem. Also er ist König und das Himmelreich auf Erden. Und nun kommen wir also zu Matthäus 13 und ich lese euch das zunächst einmal vor, ab Vers 24. Ein anderes Gleichnis legt er ihnen vor. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem, der gutem Samen auf seinen Acker säte. Doch während die Leute schliefen, kam sein Feind, säte Unkraut unter den Weizen und machte sich davon. Als die Saat aufging und Frucht brachte, da kam auch das Unkraut zum Vorschein. Da kamen die Knechte zum Hausherrn und sagten, Herr, war es nicht guter Same, den du auf deinen Acker gesät hast? Woher kommt nun das Unkraut? Er antwortete ihnen, das hat der Feind getan. Da fragten ihn die Knechte, sollen wir also hingehen und es ausreißen? Er sagte, nein, damit ihr nicht, wenn ihr das Unkraut ausreißt, auch den Weizen mit herauszieht. Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Und zur Zeit der Ernte werde ich den Schnittern sagen, reißt zuerst das Unkraut aus und schnürt es zu bündeln, um es zu verbrennen. Den Weizen aber bringt in meine Scheune. Also das ist das Gleichnis, wo es um das Himmelreich geht. Und wir müssen uns zuallererst fragen, wie ist das hier, wer ist der Sämann, der hier den guten Samen sät? Das ist natürlich Hashem selber. Und damit sind wir gleich in der Schöpfungsgeschichte gelandet. Es ist nämlich Adam. Adam, er ist vorbereitet, er ist der gute Acker, er soll dazu beitragen, dass das Himmelreich eben verwirklicht wird. Er ist der gute Boden und der gute Samen Gottes kommt auf diesen Boden. Adam hat die Aufgabe bekommen, die Erde zu bebauen und zu bewahren und das bedeutet, dass er Gottesdienst tut. Und indem er eben den Gottesdienst tut, bewahrt er und bebaut die Erde und er ist mit allem ausgestattet, dass er das auch schafft. Er ist also nicht überfordert, denn Gott überfordert keinen Menschen. So und nun lesen wir weiter, doch während die Leute schliefen. Tja, was bedeutet das? Wir erinnern uns, zuallererst schafft Gott den Menschen, also Adam. Und dann lesen wir weiter, ich lasse jetzt jede Menge aus, lesen wir weiter. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und dann kommt schließlich die Frau und sie wird aus Adam genommen. Da lesen wir die Rippe, es ist die Seite, die weibliche Seite wird aus ihm genommen. Und dazu macht Gott eine sogenannte Operation. Und wir denken, es kommt eine Art Narkose. Aber genau das ist nicht hier gemeint, sondern Hashem versetzt den Menschen in einen Schlaf. Das hebräische Wort ist hier Talema. Und das bedeutet, er kommt auf eine andere Bewusstseinsebene. Und nun bekommt er die Chava, auch hier kürze ich jetzt wieder ab, und die beiden zusammen. Also haben wir jetzt zwei Menschen, Adam und Chava. Allerdings haben die beiden nicht das Bewusstsein, was Adam vorher hatte. Also im Grunde genommen ist Adam aus diesem Schlaf nie erwacht. Eine andere Bewusstseinsebene. Und jetzt haben sie wieder eine Aufgabe, nämlich sie müssen jetzt miteinander leben. Und wir lesen im Midrash, dass es zu einem Streit kam. Sie haben sich gestritten. Und zwar wird einfach gesagt, wer oben liegt. Ja, was bedeutet das? Es geht hier um Macht. Wer hat das Sagen? Und der Adam sagte, ja, ich habe die Macht. Ich bin älter. Ich war vor dir da. Und die Chava sagt, ja, ich bin hier die Vollendung der Schöpfung. Ich habe die Macht. Ich habe das Sagen. Und sie können sich einfach nicht einigen. Und das wäre eigentlich ihre Aufgabe gewesen, dass sie beide sich einigen und natürlich auf Gott hören. Was hat Gott eigentlich gesagt? Wie einigen wir uns? Und Gott sagt dann zum Adam, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört hast. Und er hätte auf die Stimme Gottes hören sollen. Und das hat er nicht gemacht. Und so einigen sie sich eben nicht. Der Streit kommt hinein. Und das wiederum bewirkt, dass sich hier eine Tür öffnet für die Schlange. Die im Garten ja sitzt und wartet auf eine gute Gelegenheit. Und der Mensch selber gibt jetzt durch diesen Streit die Vorlage. Und dann kommt eben der Feind, die Schlange und sät den schlechten Samen. Und dann geht die Saat auf und es kommt das Unkraut zum Vorschein. Eben die Tat des Menschen, dass er dann eben von der Frucht, von der er nicht essen sollte, isst. Und nun kommen die Knechte zum Hausherrn, wie wir hier lesen. Und wer sind die Knechte? Das sind die Engel. Und sie sagen, ja, es war doch ein guter Samen, den du gesät hast. Und woher kommt jetzt das Unkraut? Und Herr Schem sagt, ja, der Feind hat es getan. Und jetzt fragen die Engel, sollen wir hingehen und es ausreißen? Und Herr Schem sagt, nein. Denn damit würde jetzt auch eben das Gute vernichtet. Und das möchte Herr Schem nicht, sondern Herr Schem möchte den ganzen Weg gehen. Und er möchte, dass das Himmelreich letztlich wird. Aber es wird eben nicht, wenn jetzt das Unkraut ausgerissen werden würde. Keine Kollateralschäden. Genau, keine Kollateralschäden. Und so wächst eben beides miteinander bis zur Ernte. Also eben bis ans Ende der Zeit. Und dann kommen die Schnitter und dann wird zuerst das Unkraut ausgerissen. Also das ist eine Situation. Aber es gibt noch weitere Situationen. Wir haben ja auch vorhin gesagt, Herr Schem, das Himmelreich, das kommt in Etappen, also in Schritten. Also nicht sofort, sondern Herr Schem gibt den Menschen Zeit. Die Sack muss eben aufgehen. Und also Baruch, wenn ich jetzt das besser formulieren kann, kannst ruhig eingreifen. Okay, dann mache ich weiter. Und die nächste Situation ist eben dann in Amsinae, als Gott Israel aus der Wüste geführt hat, der den Bund mit ihnen schließen möchte. Und dann ist Moschee plötzlich weg. Und dann kommt eben halt die Frage, wo ist Moschee? Wer wird uns führen? Ist eigentlich auch so eine Art Streit. Wer wird uns führen? Und wer hat jetzt das Sagen? Und wir wollen praktisch jemand, der uns führt. Und dann kam die Sache mit dem Goldenen Kalb. Jetzt eine Sache muss ich unbedingt jetzt noch sagen. Das Goldene Kalb, wer hatte die Idee von dem Goldenen Kalb? Das war das viele Volk, das mitgegangen ist. Das Mischvolk. Das Mischvolk, genau. Erephraaf, so wird es genannt. Sie forderten unbedingt dieses Goldene Kalb. Denn sie waren ungeduldig. Die Ungeduld trieb sie dazu. Sie hätten eigentlich nur einen Tag länger warten müssen. Dann wäre Moschee schon gekommen. Aber sie konnten es nicht mehr aushalten. Und so wurde das Goldene Kalb eben gebaut. Und schon wieder kommt eben der schlechte Samen jetzt hier hinein. Und wieder, Gott will kein Kollateralschaden, sondern er tritt letztlich einen Schritt zurück und gibt dem Volk eine zweite Chance. Moschee betet für sie. Und er wirft sein Leben in die Waagschale. Und Haschem sagt, ja, ich verzeihe. Also wieder eine Situation, wo das Gleiche hier passiert ist. Und das Volk hat letztlich auch geschlafen hier. Es hat nicht dem Erephraaf gewährt. Und es haben die Leute schließlich mitgebracht, bis auf die Leviten. Die haben nicht mitgemacht. Und dann springen wir weiter. Es gibt dann also eine weitere Situation. Da ist Jeschua dann schon da. Und er bittet seine Talmidie, mit ihm zu kommen und mit ihm zu beten. Und dann wählt er drei aus und zu ihnen sagt, er wacht mit mir und betet mit mir. Und dann lesen wir und sie schliefen ein. Und das ist schon nahezu prophetisch. Und dieses Wort, was dort in der hebräischen Übersetzung von Graf Salkinson steht, ist dann wieder Tadema. Also ein anderer Bewusstseinszustand, der wieder ermöglicht, dass der Feind kommt und bösen Samen sät. Und ich habe gerade schon gesagt, diese Stelle ist nahezu prophetisch. So wird es eben weitergehen mit den Nachfolgern Jeschuas. Und ein Schlaf kommt immer wieder. Und immer wieder kommt auch ein Aufwachen, aber dann wieder ein Schlaf. Und der Streit. Das wäre nämlich jetzt das Nächste. Wir lesen dann in der Apostelgeschichte, dass es einen Streit gibt. Und zwar um die Versorgung der Witwen. Und das ist schon wieder eine sehr üble Sache. Und hier ziehen sich letztlich dann die Apostel zurück. Und sie wählen eben die sieben Diakone, steht da in der Übersetzung. Schamaschim. Ja, Schamaschim. Damit die Gemeinde dann versorgt wird. Aber die Apostel ziehen sich wieder zurück. Und so sehen wir, wie das ist, dass der gute Samen immer wieder gesät wird. Dann aber aufgrund des Schlafes, der gekommen ist, der Feind die Möglichkeit hat, das Unkraut zu säen. Aber Herr Schem ist gnädig und barmherzig und geduldig. Und am Ende der Zeit werden wir dann sehen, dass das Unkraut vernichtet wird. Ja, vielleicht noch ein paar Worte zu der Tardemar. Also es könnte man, da sollte man aber nicht denken, dass hier kein Ausweg wäre. Also gefangen im Schlaf. Und dann kann ich ja nichts dafür. Und das ist ihm nicht der Fall. Den Zustand, den Herr Schem dort herstellte, eben die Tardemar, die Menschen ist auf einer tieferen Ebene, ist eben damit verbunden, dass er seine Ganzheit verliert. Und Gott stellt den Menschen eben die Frau ihm gegenüber. Hilfe ihm gegenüber. Er ist er, kenne ich doch. Und diese Frau macht ihn ganz. Und du bist Fleisch von meinem Fleisch und Bein von meinem Bein. Und die Ganzheit ist sozusagen das Ziel, den der Mensch dann erreichen soll. Er und Hava, Adam. Und Hava sind Adam. Eins. Und das ist dann ohne Tardemar. Also in dem Moment, wo sie zur Einheit gelangt, zum Frieden in den Miteinander. Das ist die berühmte Stelle des Segen, den Naomi ausspricht, gegenüber ihren Schwingertöchtern. Und ihr sollt Frieden finden im Hause eures Mannes. Also in diesem Frieden hat der Hava bei Adam nicht gefunden. Und da sagte Herr Schem dann später zu ihm, weil du gehorcht hast, gehört hast du. Gehorcht hast, die Stimme deiner Frau. Er durfte nicht gehorchen. Hat ihm gefallen. Also irgendetwas an ihr hat ihm wohl gut getan, dass er gerne auf ihre Stimme gehorcht hat. Weil war auch in seinen Augen dann Lust geworden. Also in dieser Situation. Wie auch immer. Dieser Streit ging, so wie Gaby jetzt gerade du gesagt hast, ging um Macht. Also das ist auch der Grund, warum Hashem später dann praktisch als Tikkun zur Wiederherstellung geboten hat, dass der Mann eben über die Frau herrschen soll und die Frau soll gehorchen. Also Hashem hat praktisch verarmt, die Ordnung hergestellt, aber die hätten sich einigen sollen. Es ist nicht unser Thema, wie dann die Ordnung hätte sein sollen und so weiter. Das ist ein anderes Thema. Es geht nicht um Gleichberechtigung oder sowas, sondern es geht um die Heiligung des Heiligen Namens. Das ist die Antwort. Der Streit um Himmels Willen ist gewünscht. Es ist kein Streit, sondern ein Disput. Und dieser Disput besteht nun mal darin, dass du und ich uns gegenüber sitzen, Hilfe, mir gegenüber, oder ich bin dir Hilfe, dir gegenüber und unser Gespräch, Disput ist notwendig, gut, weil er um die Heiligung des Heiligen Namens geht. Und da müssen wir uns auch nicht sofort einer Meinung sein, sondern wir bleiben dran, wir arbeiten, wir forschen. Im anderen Gleichnis geht es gerade darum. Das Reich ist gesät und derjenige, der versucht zu verstehen und so weiter. Das ist genau diese falsche Übersetzung dort. Aber das ist später oder so. In einer anderen Sendung. Matthäus 13 halt. Wir haben also grundsätzlich die Tardemar, die eben darin begründet ist, dass der Mensch nicht in Einheit ist mit dem Nächsten. Die Nächstenliebe heilt und hilft uns auch die Ebene zu steigen, wenn wir ein bisschen erweckt. Schlaf, Tardemar, ohne Einheit. Stell auf, wer der liegt in der Beziehung zum Anderen. Das ist Suche nach Frieden und jage ihm nach. Und diejenigen, die nach trachten, das sind die Menschen, die Gott für gute Erde hält. Diejenigen, die suchen den Schatz. Das wollte ich nur kurz hinzufügen. Gut, danke schön. Ja, das wäre jetzt also dieses Gleichnis. Ich würde vorschlagen, dass wir damit auch mal diese Kürtel-Sendung abrunden. Ja. Und dann können wir eine Extra-Aufnahme machen über das Gleichnis davor. Ja, Matthäus 13. Genau, machen wir. Machen wir so? Gute Idee. Okay. Na dann, bis bald. Vielen herzlichen Dank. Ja, bis bald. Ich bedanke mich auch. Shalom, Kolano. Shalom. Tschüss. Vielen herzlichen Dank.